Ein Lager braucht mehr als nur Regale. Es soll auch schön und praktisch sein. Helle Farben an den Wänden sorgen für Freundlichkeit. Das motiviert die Mitarbeiter. Breite Gänge erleichtern das Arbeiten und den Transport mit Flurförderzeugen. Für Sicherheit sorgen gut sichtbare Bodenmarkierungen und Warnschilder. Regale und Boxen haben eine passende Höhe zum bequemen Ein- und Auslagern. Förderbänder transportieren schwere Kisten automatisch von A nach B. Der Bodenbelag ist rutschfest und beugt Unfällen vor. An der Decke hängen strahlende Lampen, die alles gleichmäßig ausleuchten. Große Hallentore lassen viel Licht herein und Lkw bequem hineinfahren. So wird das Lager zu einem schönen und funktionalen Ort für Mensch und Ware. 5 Profi-Prüfungstipps klicken Sie dazu auf den Link unter diesem Video.